Ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge vom Bossmonster und zwar dieses Mal zu der Karte, der geflügelte Drache von Ra. Ja Leute, aber heute in einem ganz anderen Kontext als noch vor einigen Wochen. Denn mittlerweile ist es halt möglich, um die Karte wirklich ein ganzes Deck zu bauen, weil die Karte ein eigenes Thema bekommen hat, mit massiven Support aus dem OCG. Was ich sehr cool finde und wie man diese Karten halt wirklich zusammen einsetzen kann, will ich heute vorstellen. Was ich aber heute nicht tun werde, ist diese Karte hier zu bewerten, weil ganz ehrlich Freunde, ich denke ich habe mittlerweile oft genug erklärt, was Ra kann. Das dürfte mittlerweile jeder wissen, aber ich würde sagen, ich werde stattdessen heute zwei Replays zeigen, wo man das Ganze in Aktion sehen kann. Und am Ende des Ganzen werde ich dann mal wieder halt die Deckliste zeigen und kurz durchbesprechen, warum ich welche Karten spiele und warum was so zum Einsatz kommt, wie es halt zum Einsatz kommt. Und wie auch immer. Denkt bitte an meinen Sponsor-Lotte-Cards, an meinen Gaming-Kanal und meinen Replay-Kanal und da würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit dem ersten Replay. Und da wären wir auch schon im ersten Replay und der Gegner spielt hier ein Marincis-Deck, was wirklich cool gebaut ist und ich mag Marincis. Das ist ein schönes Wasser-Spam-Deck, was auf Link-Monster gehen möchte. Schaut es euch an. Und ja, der Gegner geht hier first und kann zunächst mal eine ganze Menge Spam betreiben, was halt Marincis sehr gerne tut. Über so Extender wie Signed Mining und so kann man da noch schöne Sachen sich raussuchen und so weiter. Und ja, er startet hier mit Blue Slug, wie man es so kennt, das Link-1-Monster von dem Thema. Und dann kann er hier direkt aufs nächste Link-Monster gehen und geht jetzt tatsächlich hier auf Bahamutai über stillen Angler, was ich sehr cool finde. Und bekommt einfach so einen kostenlosen Totally Awesome, eine Indication, sehr stark. Und dann geht er hier auf Marble Drog, das große Link-Monster, das Link-3er, kann das hier einfach ausrüsten und bekommt noch hier ein Permanent Set. Also ein recht stabiles Board, würde ich sagen, in so einem Fun-Road-Bereich. Und die Anfahrt vom Ra-Spieler ist logischerweise Blitzsturm, macht Sinn, sehr gute Karte. Aber es gibt jetzt natürlich hier noch das Totally Awesome, was das Ganze negieren kann. Aber das kann man wiederum negieren über Cold by Begrave, das ist kein Problem. Und dementsprechend haben wir jetzt hier schon mal, ja, das Ganze entschärft, sagen wir es so. Also Totally Awesome und Impermanence und so. Es kann halt gefährlich werden, weil Ra jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, durch so viele Indications rumspielen zu können. Da ist sowas wie Blitzsturm schon sehr praktisch, wenn es durchkommt. Und wie auch immer, wir schießen jetzt hier alles Blitz und Traps, damit alles weg ist. Und zack. Und das triggert sich noch, okay. Dann aktivieren wir Performable Popper ab und können hier unseren Schleim wegwerfen aus der Hand, und zwar den Guardian Slime. Und der darf dadurch tatsächlich was raussuchen, weil er auch gemillt werden kann von der Hand. Sehr, sehr cool. Und dann bekommen wir halt die Karte Millennium Revelation. Und damit bekommen wir die Möglichkeit, an Monster Reborn ranzukommen, was in diesem Matchup hier besonders interessant ist. Aber dazu gleich mehr. Ich wähle das Ganze weiter ab. Zack. Vorher machen wir hier noch einen Danger, wieso nicht? Und holen uns Monster Reborn. Und wir leben jetzt tatsächlich kein Ra wieder, was ja theoretisch möglich wäre, mit diesem Thema mittlerweile. Nein, wir gehen auf die Karte, naja. Marincis Coral Anemone, weil damit dürfen wir ein Wassermonster im Grave wiederbeleben, was ja unser Guardian Slime sein kann. Auf jeden Fall sehr, sehr witzig dieses Matchup, würde ich sagen, wenn man quasi noch Monster des Gegners für sich nutzen kann über Monster Reborn. Aber das ist halt jetzt sehr vielseitig, ne, bei Ra. Bei Monster Reborn kann das halt, ja. Man kann hier teilweise auch die Monster des Gegners nutzen. Wie auch immer. Ich spiele das Ganze mal weiter ab. Wir holen uns den Guardian Slime und bekommen so die Möglichkeit, for free, einfach so kostenlos, auf Egyptian God Slime zu gehen. Das Problem ist nur, gegen diese Karte hier einen richtigen Beatdown zu starten. Naja. Ist nicht so effektiv, wie man sehen kann. Von daher, naja. Ist der Gegner wieder dran. Beatdown passiert hier erstmal nicht. Und der Gegner spielt hier sogar die Karte White Howling. Habe ich euch ja letztens erzählt, bei den unbekannten, spielstarken Karten. Sehr coole Karte in Wasserdecks. Auf jeden Fall. Anti-Zauber-Karten-Karten sind immer wunderbar. Wie auch immer. So, der Gegner spammt wieder ein bisschen, weil er es kann. Wieso nicht? Und versucht jetzt so ein bisschen was zu machen gegen unser Board. Aber, naja. Die Karte hier hat ja auch Schutzeffekte. Von daher liegt erstmal alles recht solide. Aber er kann ja durchaus ein bisschen was machen. Und geht hier wieder auf Marble Drogg. Alles klar. Röstet die wieder aus. Und setzt diese Karte hier. White Howling. Und geht auf Mr. Sternboy. Und das war es auch schon. So, passiert nicht viel. Und wir können logischerweise auch nicht viel tun. Aber jetzt wird leider der Egyptian God Slime negiert. Und das ist halt nie so toll. Das bedeutet, wir verlieren ihn. Und müssen jetzt was tun. Aber wir haben hier mittlerweile den Sphere Mode, den wir jetzt einsetzen können. Zack. Und damit können wir sein Board removen. Was wir jetzt nicht spielen, ist ein zweiter Egyptian God Slime. Weil er diese Situation hier mit der Korallenanemone ja nicht üblich ist. Deswegen brauchen wir normalerweise keinen zweiten. Aber hier wäre er jetzt praktisch gewesen. Wie auch immer kann passieren. Und dann können wir hier auf Boreal Sword gehen. Und haben das Ganze mehr oder weniger besiegelt. Bei diesem Replay hier kommt Ra nicht so sehr vor auf dem Board. Aber wir werden uns gleich noch ein zweites Replay anschauen. Und dann, naja, sehen wir mal so ein bisschen, was Ra im Beatdown so drauf hat, wenn er denn rauskommt. Aber das Deck kann auch so spielen, ohne den Ra, habt ihr ja eben gesehen. Überall einfach Monster Reborn teilweise, ne. Das kann halt wirklich einige Plays enablen und Egyptian God Slime. Hier ist nur ganz cool, wie quasi der Gegner Boreal Sword gegen Boreal Sword rausholt. Aber kann halt nicht durch Kampf zerstört werden. Von daher bringt das relativ wenig. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im zweiten Replay. Und da schauen wir uns mal an, was Ra so ein bisschen im Beatdown leisten kann. Und da sind wir auch schon im zweiten Replay, was etwas kürzer ist. Und zwar ist das gegen Noble Knight. Und ich würde sagen, wir schauen hier mal kurz rein. Die Noble Knights haben ja Support bekommen mit diesen ganzen Flame Noble Knight Karten, was ich interessant finde. Ist so ein bisschen wie Twilight Zone beispielsweise. Quasi ein Thema im Thema, könnte man sagen. Ist irgendwie eine interessante Entscheidung gewesen. Aber okay. Es gab jetzt aber, ich weiß schon vorher, so ein paar Flame Noble Knight Karten, meines Wissens nach. Wie auch immer. Er geht ja auf Isolde, ganz normal. Er geht dann auf das XE-Monster. Das ist die ganz normale Kombo von Noble Knight. Er rüstet sich auf mit den ganzen Karten aus dem Grave. Das ist halt die besondere Mechanik von diesem Thema. Aber an sich kann halt das Thema nicht so viel aufbauen. Also Noble Knight ist halt eher ein fun-less Rogue Deck. Dass da halt sich so irgendwie was Unbrechbares daraus kommt, ist, denke ich, klar. Wie auch immer. Das hier wird aufgehalten. Entry Enchant, was schade ist. Aber wir setzen jetzt erstmal alles, was wir können, damit die Dangers durchkommen. Und wir wollen ja nicht unnötig unsere Witzauber und Fallenkarten wegschmeißen durch Pech. Das wäre nicht so ideal. Und dann gehen wir auf die Karte Panther Stack, die tatsächlich Piercing Damage enablen kann, auf ein Monster, auf das sie zeigt. Und dann können wir ohne Probleme auf unseren Ra gehen. Zack, über Monster Reborn. Ist ja raussuchbar. Und dann können wir über die Fallenkarte unser Monster pushen, obwohl es gespechelt wurde. Und dann halt mit diesem Piercing Damage über Panther Stack ein OTK drücken. Das ist jetzt so ein OTK-Beispiel, beziehungsweise Beatdown-Beispiel gewesen. Das Deck hier ist vielseitig. Man gewinnt nicht immer über Ra, aber oft. Und es ist halt nur ein Fun-Deck. Aber ich würde sagen, zur Deckliste kommen wir jetzt mal. Und da haben wir das Deck auch schon. Und wir haben zunächst mal 40 Karten im Main-Deck, davon 20 Monster. Und 2-3-mal die Karte, Rebiru. Dann haben wir 3-mal Guardian Slime. Wir haben ebenfalls 3-mal Ra, macht irgendwo Sinn. Wir haben 3-mal Sphere Mode, sehr coole Karte. Wir haben eine Nessie. Dann haben wir 3-mal Morphman, 2-mal Chupacabra. Wir haben Tsuchinoko und wir haben Jackalope. Und dann haben wir noch 17 Zauberkarten. Und 2-3-mal die Karte, Performable Popper Up, sehr gute Karte. 3-mal Lightning Storm. Wir haben 1-mal Upstart Goblin, 1-mal Monster Reborn. 3-mal Anti-Enchant, als, naja, wichtige Suchkarte. Dann haben wir 3-mal Called by the Grave. Und 3-mal Millennium Revelation. Und dann noch 3 Fallenkarten. Und 2-3-mal die Karte, 1 mit dem Sonnengott. Und dann haben wir logischerweise noch ein volles Exterdeck. Und zwar haben wir zunächst mal 1 Egyptian God Slime. Wir haben einen Tarpier. Dann haben wir einen Abyss-Dweller. Wir haben Dugarris. Dann spielen wir beim Boosling Gossip Shadow. Wir haben Borrelo Dragon, Borrelo Sword Dragon. Appaloza. Dann haben wir Black Luster Soldier, Soldier of Chaos. Wir haben Unicorn und Phoenix. Dann haben wir noch Pentastag, wie gesagt. Wir haben Nightmare Cerberus. Dann haben wir Bujinki, Ahashima, bester Name. Und einmal die Karte Security Dragon, weil wieso nicht? Und im Sightech haben wir natürlich auch mal wieder 15 Karten. Und zwar haben wir da zunächst mal einen Dark Magician, einen Red Ice, einmal die Karte, Artefakt Skyev. Dann haben wir Dragon of Red Ice. Wir haben eine Anaconda. Sowie eine Red Ice Fusion. Drei Mal die Karte, Artefakt Sanctum. Drei Mal Evenly Matched. Und drei Mal Solem Judgment. So. Euch fällt jetzt zunächst mal eine Sache auf. Und zwar fehlen hier einfach viele Support Karten von Ra. Wir spielen beispielsweise gar keinen Phoenix Mode. Und wir spielen auch nicht dieses Monster, was einfach zwei Tokens generieren kann. Und irgendwie als Tributvater zählt. Weil ganz ehrlich, Freunde, es ist gar nicht notwendig. Die gesamte Danger Engine hier ist eigentlich besser als das. Und der Phoenix Mode, sorry, aber der ist keine gute Karte. Das ist einfach so. Der ist nicht wirklich gut und der lohnt sich ehrlich gesagt nicht. Der Guardian Slime ist prima, keine Frage. Der ist wirklich cool. Weil mit dem kommst du sofort, einfach gratis, auf Egyptian Grotzlein. Die Karte ist so eine Art Battle Fader. Kann also Schaden verhindern. Und wenn sie sterben sollte, sucht sie was. Das ist vielseitig. Aber dieses kleine Monster, was er Tokens holt. Hm. Ich bin nicht ganz überzeugt, wenn ich ehrlich bin. Wie auch immer. Ja, logischerweise Damara. Das macht Sinn. Sphere Mode ist auch klar. Ist halt ein dreifacher Kaiju. Die Karte ist absolut genial. Und da wir immer Second gehen, weil wir ja in der Theorie die OTKs machen können, ist so ein Kaiju doppelt gut. Und auch so eine Karte wie die Viro. Wird dann sehr schnell Staple. Ist halt klar. Und die Danger Monster sind halt einfach die besten Tributvater, die man sich wünschen kann. Und gleichzeitig sind diese Karten hier absolut geniales Link-Material. Ihr habt sie eben gesehen. Egal ob man jetzt beispielsweise Panther Stack aufbaut oder meinetwegen so ein Borel Sword. Man kann mit diesen Karten halt immer erfinderisch werden. Danger Monster sind sehr spielstark und man sollte die nutzen. Dann haben wir die Karte, naja, Performable Popper Up. Und damit können wir tatsächlich die Karte hier abschmeißen und was versuchen. Und wir bekommen die Möglichkeit, naja, unsere Heim zu erneuern. Und wenn wir beispielsweise mit mehreren Nibirus starten oder so oder keine Ahnung, mit viel zu vielen Göttern, ist so eine Entbrick-Maschine ganz praktisch. Und deswegen ist die Zauberkarte in Fun Dags im Moment immer wieder Staple. Blitzsturm ist halt auch für Going Second eine geniale Karte, muss ich nichts zu sagen. Die Karte ist komplett Powercreep. Upstart Goblin, um das Deck auszudämmen, weil wir haben ja logischerweise Karten, die wir durchaus ziehen möchten, wenn es geht. Und auf mehr als 10.000 Schaden zu kommen, ist hier teilweise möglich, ne? Dann haben wir Monster Reborn, ist klar, ist halt raussuchbar. Wir haben drei Medik-Karten, Anti-Enchant als Suchkarte. Ist irgendwie sinnvoll, dass man die Karte als Placeset spielen sollte. Alles andere wäre äußerst merkwürdig. Und Called by the Grave ist genial, um gegen Handtraps vorzugehen, um gegen, ja, so Sachen wie meinetwegen Totally Awesome vorzugehen. Ihr habt es eben gesehen, die Karte ist sehr vielseitig. Dann haben wir die Support-Karte für Monster Reborn, die tatsächlich hier mit die wichtigste Karte ist, um halt wirklich konstant rauszubekommen, ohne halt Tributvater erzeugen zu müssen. Und wir haben da mal die Fallenkarte, die halt einfach diesen Kill enabelt und dafür sorgt, dass man gespecialten Ra's ihre Werte geben kann, weil ansonsten kann Ra's sich nicht selbst pushen, wenn er gespecialt wurde, weil er das normalerweise nur tun kann, wenn er genabelt wurde. Das ist halt da ein bisschen blöd. Deswegen hat diese Karte dreimal. Und es ist gar nicht mal so übel, weil man kann diese Karte auch sofort aktivieren, wenn man sie gesetzt hat. Also die Karte hier ist keine langsame Fallenkarte, was sehr wichtig ist. Und im Exidec haben wir logischerweise ganz, ganz viele theoretische Optionen, die manchmal wichtig sind. Egyptian God Slime noch mit am meisten, weil die Karte halt einfach so eins der großen Bossmonster ist. Die Karte kann teilweise mal das Spiel machen, beziehungsweise euch ein bisschen schützen. Sehr schön. Ihr habt ja eben ein Beispiel gesehen, wo die Karte sehr gut kam. Dann haben wir so ein paar Exidec-Monster, die halt einfach gute Staples sind. Und zwar Tapir, Abyss-Dweller, Dugaris und Gossip Shadow. Gossip Shadow ist hier nur rufbar über halt die kleinen Dangers. Und es sind halt teilweise Negation-Karten und Floodgates und Stall-Karten. Also da kann man hier durchaus erfinderisch werden. Dugaris ist für Spam bekannt. Also ich würde sowas schon spielen, macht irgendwo Sinn. Dann haben wir Borrow-Load und Borrow-Sword, weil der Platz ist da. Beide schöne Optionen für OTKs, beziehungsweise einfach Kills. Appelosa ist, wenn man First geht, eine gute Notoption. Immer, wenn eigentlich jedem Deck was nicht gerne First gehen möchte. Dann haben wir Black Luster Soldier, Soldier of Chaos. Ist auch so eine generische Option, die man hier einbauen kann. Die Nightmares sind, denke ich, klar mittlerweile. Die sind einfach in jedem Deck Staple. Pentastack für den Kill, ihr habt es eben gesehen. Dann haben wir Bujinki, Ahashima. Das ist eine neue Link-Monster-Karte, die tatsächlich dafür sorgen kann, dass man, naja, einfach sofort auf Xe-Plays gehen kann. Und man kann dann sogar noch eine Spelltrap schießen. Was ein schöner Bonus ist. Also der Platz ist hier da, wieso nicht? Wir haben hier ganz viele Stufe 4-Monster. Das kann schon durch erstmal was werden mit der Ahashima-Karte. Und Security Dragon ist einfach so eine Art Bounce. Not bad, würde ich sagen. Gut. Und im Side-Deck haben wir dann quasi noch so ein paar Optionen für Going First vor allem. Denn wir können beispielsweise, wenn wir gesided haben, Going First, Dragoon of Red-Eyes aufbauen. Und das ist einfach ein cooles Boss-Monster. Geht easy, über halt einfach, naja. Beta Anaconda und Red-Eyes Fusion. Und man muss halt logischerweise hier die Materialien reinzalten. Ist klar. Und dann haben wir noch hier so eine kleine Artefakt-Engine mit Sense. Weil ganz ehrlich, Freunde, wenn der Gegner nicht special kann vom Extra-Deck, hat er teilweise sofort verloren. Und dann noch evenly matched als Massen-Removal und Solemn-Dudgement als gute First-Turn-Negation-Karte, die man einfach setzen kann. Und es war es quasi auch schon. Das Deck hier ist wirklich sehr leicht zu spielen. Ziemlich einfach sogar. Und es ist sehr unterhaltsam. Aber was ich sehr schade finde, ist halt, dass einige Karten des Themas sich nicht lohnen. In der Praxis. Als ich die Karten vorgestellt hatte, kam es mir nicht so vor. Da dachte ich wirklich, dass dieses Lime-Token, generierende Monster, gespielt werden kann. Und der Felix-Mod vielleicht sogar auch irgendwie integriert werden kann. Aber ganz ehrlich, Freunde, wozu? Wozu? Ganz ehrlich, wir haben doch hier Pentastag. Wir haben diesen Kill über die Fallenkarte mit Ra. Wir können Ra wiederbeleben über diese Tafel. Deswegen müssen wir die Karte auch nicht normal beschweren oder so. Ganz easy. Wir brauchen diesen Token-Generierer nicht beispielsweise. Und der Phoenix-Mode ist halt wirklich nur so lala. Wir bräuchten eigentlich mal was Besseres. Aber hey, das ist alles, was wir haben. Ich würde sagen, so ist das Deck ein cooles Fun-Deck. Aber es ist halt nicht immer so zentral nur um Ra gebaut. Manchmal willst du halt einfach spielen mit deinem Schleim oder mit deinen Link-Monstern hier, die du holen kannst über die Dangers. Und dann kann das auch funktionieren. Aber die Idee dahinter ist halt eher auf Rad zu gehen. Aber ob es in der Praxis immer möglich ist, hängt halt so ein bisschen von der Hand ab. Wie auch immer. Ich würde sagen, das Ganze ist sehr unterhaltsam. Eure Meinung hierzu. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und denkt auch bitte an meinen Sponsor Lotte-Cards, an meinen Gaming-Kanal und meinen Replay-Kanal. Und da würde ich sagen, Freunde, schaut auch gerne mal vorbei bei dem Replay-Video, was in der Beschreibung ist. Und dann, meine Freunde, sehen wir uns dort. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal. Rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen. Und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut doch mal rein. Bis bald. Tschüss.